Hallo Leute und willkommen zu meinem Unboxing vom neuen 15 Zoll MacBook Air. In diesem Video packe ich es aus, werde es mit dem 13 Zoll MacBook Air vergleichen und euch von meinem ersten Eindruck berichten. Genau genommen habe ich jetzt hier das Basismodell mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB SSD. Ein höher ausgestattetes Modell mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB SSD, übrigens in der Farbe Polarstern, sollte morgen kommen und das werde ich dann in meinem Review mit einbeziehen. Hier haben wir jetzt also erstmals ein 15 Zoll MacBook Air und damit schließt Apple meiner Meinung nach eine große Lücke. Was genau ich damit meine, werde ich euch gleich erklären, davor sehen wir uns noch den Verpackungsinhalt an. Beigelegt ist hier mal das USB-C MagSafe Kabel, gehalten in der Farbe des MacBooks, in diesem Fall Mitternacht. Des Weiteren ist hier wie üblich diese erste Einführung beigelegt, vielleicht für all diejenigen relevant, die sich hier zum ersten Mal ein MacBook Air kaufen. Und Apple Sticker dürfen natürlich auch nicht fehlen, in diesem Fall passend in der Farbe des MacBooks. Und im Vergleich zu damals ist die durchsichtige Fläche hier nicht mehr aus Plastik, sondern aus einem harten Papier. Vor dem Kauf habe ich ohne Aufpreis die Wahl. Nehme ich ein 35 Watt Dual USB-C Netzteil, nämlich das hier. Oder nehme ich das stärkere, aber auch größere 70 Watt Netzteil mit einem USB-C Anschluss, mit dem das MacBook dann allerdings auch schneller aufgeladen wird. Warum schließt Apple also meiner Meinung nach eine große Lücke mit diesem MacBook? Für all diejenigen, für die nur ein größeres Display in Frage kommt, also kein 13, sondern eher ein 15 oder 16 Zoll Display, die hatten bei den MacBooks bisher nur eine Wahl, nämlich ein 16 Zoll MacBook Pro. Das kostet allerdings ab 3000 Euro und ist dann vielleicht auch mit Dingen ausgestattet, die man nicht unbedingt braucht als eventuell normaler Nutzer. Also diese hohe Leistung, das Gerät ist ja auch dicker und schwerer und so weiter. Für viele ganz normale Nutzer, die einfach nur ein größeres Display haben wollen, könnte also dieses neue 15 Zoll MacBook Air genau das Richtige sein. Vor allem da es mit einem Preis ab 1600 Euro gerade mal bei ungefähr der Hälfte beginnt, im Vergleich zu den ab 3000 Euro, die ein 16 Zoll MacBook Pro kostet. Wie unterscheidet sich jetzt aber das neue 15 Zoll MacBook Air gegenüber dem klassischen 13 Zoll Modell? Falls jemanden dieser Vergleich etwas bringt, das 15 Zoll MacBook Air hat ähnliche Maße wie ein 15 Zoll MacBook Pro mit Touch Bar. Genau genommen ist das 15 Zoll Air sogar noch ein bisschen kleiner. Im Vergleich zum 13 Zoll Air sehen wir jetzt aber hier eben den Unterschied und der ist natürlich eindeutig. Es gibt hier einen minimalen Unterschied in der Höhe, 1,13 gegenüber 1,15 Zentimeter, so fein, dass man selbst bei einer so nahen Aufnahme den Unterschied kaum erkennen kann. Apple wirbt jedenfalls damit, dass das Gerät mit diesen 1,15 Zentimetern Höhe der dünnste 15 Zoll Laptop sein soll, den es momentan am Markt zu kaufen gibt. Dann wäre ja dabei auch noch das Gewicht. Wir reden hier von 1,24 gegenüber 1,51 Kilogramm, also eine Differenz von 270 Gramm. Natürlich merkt man, dass das 15 Zoll Modell mehr wiegt. Aber so groß finde ich den Unterschied jetzt auch nicht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sich das Gewicht hier auf einer größeren Fläche verteilt. Das gleicht es vielleicht zumindest ein bisschen aus. Aber auch ganz allgemein für einen 15 Zoll Laptop ist das sehr angenehm. Wer sich in diesem Punkt allerdings unsicher ist, sollte sich die Geräte sowieso am besten im Vergleich ansehen. In einem Apple Store oder in einem anderen Geschäft. Kommen wir zum Display. Da haben wir jetzt 13,6 gegenüber 15,3 Zoll. Und genau das ist es ja, warum das 15 Zoll R überhaupt existiert. Das größere Display. Was einem ein größeres Display im Alltag bei den verschiedensten Dingen bringt, erklärt sich denke ich auch von selbst. Und ob man das wirklich braucht, ob einem 13 Zoll nicht schon voll ausreichen, oder umgekehrt, ob man 15 Zoll unbedingt haben will für die Dinge, die man macht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Der Unterschied gegenüber dem 13 Zoll MacBook Air ist aber in allen Situationen natürlich eindeutig erkennbar. Rein qualitativ gibt es aber zwischen diesen Displays keinen Unterschied. Und das trifft eigentlich auch fast auf den kompletten Rest zu. Also eigentlich ist ein 15 Zoll R einfach nur ein größeres 13 Zoll R. Zwei nennenswerte Unterschiede gibt es hier aber trotzdem noch. Für das 13 Zoll R gibt Apple einfach nur vier Lautsprechersysteme an. Beim 15 Zoll R gibt Apple sechs Lautsprechersysteme mit Tieftönern mit Kräfteausgleichern. Klingt das 15 Zoll R jetzt also wirklich besser? Ich habe mir beide im direkten Vergleich angehört und kann eindeutig sagen, ja, definitiv. Das 15 Zoll R kann auf jeden Fall mal deutlich lauter werden. Im Bassbereich hat es mehr zu bieten, klingt insgesamt nochmal voller, beziehungsweise hat ein etwas besseres Klangvolumen. Tatsächlich finde ich sogar, dass es ein gutes Stück an das MacBook Pro heranrückt, aber trotzdem noch eindeutig davon entfernt ist. In Bezug auf die Tastatur fällt mir hier kein nennenswerter Unterschied auf. Das Trackpad ist allerdings, wie wir sehen können, beim 15 Zoll R eindeutig größer, aber im Vergleich auch ein bisschen kleiner als beim 16 Zoll Pro. Zwar hat das 15 Zoll R einen deutlich größeren Akku verbaut, im Endeffekt sorgt das aber nur für einen Ausgleich. Laut Apple sollten also 13 und 15 Zoll R die gleiche Akkulaufzeit haben. Auch was die Performance angeht, gibt es hier keinen Unterschied. In beiden Geräten kommt der M2-Chip zum Einsatz, beide sollten also auch die gleiche Performance haben. Ich werde mir das aber trotzdem noch genauer ansehen und dann in meinem Review drauf eingehen. Wie auch beim 13 Zoll R sollte jedem bewusst sein, dass die 256 GB SSD aus dem Basismodell eine deutlich geringere Schreib- und Leserate hat, als die SSD ab 512 GB. Das hat jetzt auch nichts mit der Größe zu tun, das gilt sowohl für 13 als auch für 15 Zoll. Genauer werde ich allerdings darauf noch in einem anderen Video eingehen. Kommen wir abschließend noch zu den Preisen. Und da gibt es beim 13 Zoll M2 MacBook Air eine Überraschung. Bis vor kurzem hatte das ja noch bei Apple ab 1499 Euro gekostet. Apple hat den Preis jetzt hier aber um ganze 200 Euro gesenkt. Damit beginnt es jetzt also ab 1299 Euro und wird dadurch sicherlich für einige attraktiver. Das 15 Zoll R hingegen beginnt bei 1599 Euro. Hier sollte auch erwähnt werden, dass das 13 Zoll Basismodell mit einer 8-Kern-GPU beginnt. Beim 15 Zoll R ist bereits das Basismodell mit der stärkeren 10-Kern-GPU ausgestattet. Das Wichtigste ist hier für mich auf jeden Fall mal, wie bereits gesagt, dass Apple mit diesem MacBook eine Lücke schließt, die meiner Meinung nach schon viel zu lange offen war. Insgesamt macht dieses MacBook einen guten ersten Eindruck auf mich. Ich werde es aber auf jeden Fall noch ausführlicher testen und es wird bald von mir ein Review geben. Aber was sagt ihr eigentlich zum 915 Zoll MacBook Air? Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.